Hallo, schön, dass du auf meinem Kanal bist. Wie du schon weißt, habe ich Anlasserprobleme. Der Neue ist schon da, aber so sieht das dann bei mir am Tag aus. Ich muss mal was sagen, das ist überhaupt nicht mein Wetter. Also ich könnte auf die Kälte verzichten. Also ich würde am liebsten ab in die Sonne und der Wärme entgegenfahren. Aber erstens geht es nicht und zweitens, wer weiß, was noch so kommt. Ich probiere mal das Huse zu starten. Mal gucken. Das war mir eigentlich schon fast klar. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich muss nochmal reinstecken. Ah, jetzt kommt sie. Also wenn das jetzt nicht der Anlass ist und doch das Schloss, dann hat es natürlich ein Ei gemacht. Aber wie gesagt, ich werde berichten. Jetzt geht es erstmal im Garten. Ich wollte ja was im Garten machen. Wie ihr seht, bin ich schon gartentauglich angezogen. Aber wenn ich das Wetter so sehe, ich glaube, ich verschiebe das auf morgen. Ist nicht mein Wetter. Und wenn es regnet, macht es sowieso keinen Spaß. Es ist alles Matschepampe. Oder wie machst du das? Nun gut, egal. Also mal gucken, ob mein Auto nachher startet. Wenn ich jetzt die Katzen gefüttert habe und dann warte ich noch, bis meine Tochter, dann machen wir eine Hunderunde. Das heißt, ich warte noch, bis meine Tochter kommt. Dann machen wir eine Hunderunde. Und dann fahre ich nochmal zu einem Kumpel. Und dann geht es nach Hause. Das heißt, die Suse muss heute noch ein paar Mal an- und ausgemacht werden. Und ich hoffe und bete, es ist klappt. Ich werde schon begrüßt. Du weißt, Hunger, Hunger? Ja. Ja, komm schnell mit. Du bist ja schlimmer wie deine Mama. Hä? Ja, bist du schlimmer wie deine Mama? Komm schnell mit. Komm. Ja, na komm. Ach, Baby. Du bist nass alles, ja? Na komm mit. Komm mit schnell. Schnell, schnell, komm. Ja, komm hier, komm. Ich habe extra für die hier einen Raum aufgemacht, dass sie da drin schupt. Na komm hier, komm. Komm. Hunger, 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 weiß. Hunger. Ich habe hier noch angefangen als vom Kater. Komm hier, wohnen. Guck mal. Guck mal. Alles gut, alles gut. Ja, du brauchst nicht meckern. Wenn dich eh nach anfassen, dann wollte ich, oder? Oh, hi. Ja, guck mal. Ja, wohnen. Ja. Na, guck. Komm her, guck. Guck mal, ich muss noch was hin. Ja, guck mal. Na, nicht den Deckel ablecken, da, guck mal. Nicht den Deckel ablecken, geh doch. Na, da, geh doch. Na, wie es aussieht, ist das ein Mädchen im Leben. Hat mein Kater nicht frisch gekriegt, sie kriegen die immer noch. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Wo ist denn deine Schwester oder deinen Bruder? Aha. Aha. Okay. 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 Mm-hmm. Oh, schön. Mm-hmm. Das Vielen Dank. Ich möchte noch schnell mein Kampfkaninchen füttern. Ich frage mich, warum der draußen sitzt, bei dem Wetter. Der ist nass, ich verstehe das nicht. Du Pellkop, hä? Du bist glittchen nass? Regnet das heute noch? Ich muss mal einen Wetterbericht gucken und ansonsten wurde jetzt mal eingesperrt. Ja, damit du trocken bleibst. Du bist ja krank. Ich will jetzt für die Katzen was anderes einfallen lassen. Guck mal, da haben sie es schön warm. Fein macht ihr das hier, hä? Prima. Da habe ich jetzt alles rausgeruppt. Ach, da ist was durch Tomaten. Katzen ist wichtig. Fein macht ihr das, ja? Und gleich angenommen, ne? Gleich angenommen, ja? Prima. Ich will jetzt jetzt nach Hause. Nee, Quatsch. Erst von Pumpe. Ist ja später, als ich dachte. Mal gucken, ob ich mal Schlüssel habe. Ach, hier unten. Der ist jetzt nicht mehr so dick, weil der Sensor von der Alarmanlage fehlt. Naja, das wird sich aber auch ändern. Na, dann gehen wir mal rein. Probe zu starten. Mal kriegen. Okay. Aber zwar die Lüftung ist ja in Ordnung. Ach, kacke. Ist das zum Ausrasten, oder was? Mist. Okay, ich nehme mal die Stange. Mal. So, ihr Lieben, der dritte Versuch, jetzt. Sie kommt. Gott sei Dank. Hallo, ihr Lieben, ich wünsche dir mein Abo und ein Daumen nach oben, Freund. Danke, T4, liebe Heike. Heike. Waal, haal, 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 haal. Kaal, haal, Weekend ist ja Çaan lavacan. ... ... ... Vielen Dank.